Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einem Wissensvideo. Heute dreht sich alles um Geschwindigkeiten, genauer gesagt den Ground Speed und noch genauer gesagt darum, wieso der eigentlich immer höher wird, wenn wir höher steigen. Viel Spaß! Ihr habt euch sicherlich auch schon mal gefragt, warum ihr auf höheren Höhen, zum Beispiel Flight Level 350, mit einem höheren Ground Speed unterwegs seid, als auf Bodenniveau, wenn ihr mit der gleichen Indicated Air Speed fliegt. Genau darum geht es in diesem Video, das möchte ich hier kurz und knapp erklären. Um das zu demonstrieren, male ich hier einmal zwei Striche. Der erste hier unten, der zweite da oben. Neben diesen Strichen schreibe ich die Höhe hin, so dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Wir haben jetzt also hier unten den Boden und das Bodenniveau und da oben Flight Level 350. Als nächstes male ich zwei Kästen, nämlich diese hier. Das, was jetzt wichtig wird, ist das, was in diese Kästen reinkommt. Nämlich Punkte. Diese Punkte symbolisieren, ganz einfach heruntergebrochen, Luftteilchen. Wir können uns die Luft vorstellen, als hätte sie kleine Punkte in sich. Die Punkte sind quasi die Luftteilchen, die über eine Tragfläche strömen. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit haben wir auf Bodenniveau, in unserem Beispiel 20 Teilchen der Luft, die pro Sekunde über unsere Tragfläche strömen. Auf Flight Level 350 wird das allerdings erheblich weniger sein, was einfach daran liegt, dass die Luft, je höher man kommt, dünner wird. Auf Flight Level 350 haben wir also nicht mehr 20 Teilchen, die pro Sekunde über die Tragfläche strömen, sondern nur noch 10. Wir brauchen aber diese 20 Teilchen pro Sekunde, um nicht in einen Strömungsabriss zu kommen. Das heißt, sowohl am Boden, als auch auf Flight Level 350 brauchen wir diese 20 Teilchen pro Sekunde. Die Luft muss also immer ausreichend über die Tragfläche strömen, um Auftrieb zu generieren, oder anders formuliert, es müssen immer ausreichend Luftteilchen über die Tragfläche fließen. Und weil es eben sowohl am Boden, als auch auf Flight Level 350, das heißt in höheren Höhen, dieselbe Anzahl an Teilchen sein muss, die über die Tragfläche strömt, müssen wir gegenüber der Luft beschleunigen, um diese Anzahl an Teilchen zu gewährleisten. Hier unten, wie gesagt, haben wir 20 Teilchen pro Sekunde, hier oben sind es aber nur noch 10. Das würde nicht mehr ausreichen, sodass wir hier oben quasi doppelt so schnell fliegen müssten, um pro Sekunde dieselbe Anzahl Teilchen über unsere Tragfläche strömen zu lassen. Die Indicated Airspeed ist dabei von Relevanz. Nehmen wir also beispielsweise mal an, wir fliegen hier unten 250. Dann müssen wir da oben auch 250 fliegen. Hier unten bedeuten 250 aber, dass 20 Teilchen pro Sekunde einerseits über unsere Tragflächen fließen und andererseits in das Pythoro gelangen. Wenn wir hier oben auch 250 fliegen wollen, also dieselbe Anzahl an Teilchen in unser Pythoro gelangen muss, dann bedeutet das für uns, dass wir schneller fliegen müssen. Zumindest dann, wenn man die Indicated Airspeed außer Acht lässt, denn die gibt ganz genau genommen und vor allen Dingen extrem grob an, wie viele Teilchen da pro Sekunde ins Pythorohr bzw. über die Tragflächen strömen. Allerdings unkorrigiert aufgrund eines sogenannten Stau-Effektes. Wir können also sagen, dass wir immer denselben Teilchenfluss über die Tragfläche und immer denselben Druck auf das Pythoro ausüben müssen. Und das geht nur, wenn wir immer dieselbe Anzahl an Teilchen haben, die sowohl gegen das Pythoro drücken als auch über die Tragfläche fließen. Und die einzige Möglichkeit, um das zu erreichen, ohne weniger Teile über unsere Tragfläche strömen zu lassen, ist die, schneller zu fliegen. Aber nicht bezogen auf die Indicated Airspeed, denn die gibt ja nur die Teilchen an, die auf das Pythoro drücken, sondern auf die True Airspeed. Die True Airspeed ist die um Fehler bereinigte Messung der Indicated Airspeed. Wenn wir uns ein Pythoro anschauen, dann sehen wir ziemlich einfach, dass das Pythoro fehlerhafte Messwerte liefert. Und zwar deswegen, weil sich vor dem Pythoro ein sogenannter Luftstau bildet. Wenn wir jetzt diesen Luftstau aus den Werten herausrechnen, dann kommen wir auf die True Airspeed. Und bei der True Airspeed können wir beobachten, dass diese immer höher wird, je höher wir fliegen, weil wir schneller werden. Und genauso verhält es sich mit der Groundspeed. Wir werden gegenüber dem Boden schneller, weil wir gegenüber der Luft schneller werden, um eine ausreichende Anzahl Teilchen zu gewährleisten. Es gibt da noch ein anderes Diagramm, das ich mal eben aufzeichnen möchte. Auf der linken Seite haben wir die Luftdichte mit den Teilchen. Und auf der rechten Seite haben wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um den gleichen Teilchenstrom zu gewährleisten. Momentan ist dieses Diagramm noch recht nicht sagend, aber wenn wir da Höhen hinzufügen, dann ändert sich das ganz fix. Das hier ist der Boden. Und das hier ist Flight Level 350. Wir sehen also ziemlich einfach, dass wir, je höher wir fliegen, immer schneller werden müssen, um eine ausreichende Anzahl von Teilchen über unsere Tragflächen und in das Pitohrohr strömen zu lassen, um damit die Geschwindigkeit zu halten. Das bedingt aber gleichzeitig, dass der Groundspeed höher wird. Diese rechte Bezeichnung hier, Speed, um gleiche Teilchen zu gewährleisten, könnte man deswegen auch mit Groundspeed in Klammern beschriften. Wenn man hier nämlich statt Speed, um gleiche Teilchen zu gewährleisten, den Groundspeed hinschreibt, ändert sich das Diagramm überhaupt nicht. Das Prinzip bleibt gleich. Je höher wir fliegen, desto höher wird der Groundspeed, weil wir schneller unterwegs sind. Dieses Diagramm und das gesamte Video sind natürlich nicht komplett physikalisch korrekt. Sie haben aber auch nicht den Anspruch, physikalisch korrekt zu sein. Beachtet also bitte, dass diese Erklärung einer physikalischen Überprüfung wahrscheinlich nicht standhalten würde, sondern nur eine ganz, 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 ganz grundlegende Möglichkeit ist darzustellen, warum der Groundspeed und die Geschwindigkeit immer höher wird, je höher wir steigen. Und falls ihr jetzt daran interessiert sein solltet, warum es mit Jet Engines besonders effizient ist, genau das hier zu fliegen, nämlich in höheren Höhen größeren Groundspeed bei relativ niedrigem Treibstoffverbrauch, dann solltet ihr auch im nächsten Wissensvideo wieder einschalten, denn da geht es genau darum, warum sind Jet Engines eigentlich so effizient in größeren Höhen. Für dieses Video war es das allerdings auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!